Ich glaube, es ist Fassennacht. Und es gibt so ein paar Stücke, die mich doch sehr... Ja, jetzt ist das passende Wort für mich, ne? Bewegt ist falsch, geprägt bist recht. Ich spiele ein Lied, das im Original natürlich auf Englisch verfasst war. Vielleicht kommt einer drauf, wo es herkommt. Und dann gab es eine deutsche Übersetzung, war für einen Film. Und dann gab es eine österreichische Übersetzung dazu. Und jetzt, etwas später, haben sie dann noch beschlossen, dass sie dann nochmal eine deutsche Version davon machen, die dann, glaube ich, so allgemeingültig ist. Weiß inzwischen jemand, worum es geht? Es hat was mit einer Haushaltshilfe zu tun, die dann einen tragischen Arbeitsunfall hat. In einer Männer-WG. Immer noch nicht. Okay, mal gucken, ja? Jetzt? Wirklich nicht? Hey Leute, das ist eine Meinmeldung. Das ist Schneewittchen. Someday my prince will come. Hey, jetzt bin ich aber ein bisschen... Möchte jemand tanzen dazu? Someday my prince will come. Someday they'll be the one. And how thrilling that moment will be. When that prince of my heart cares to me. He will whisper, I love you. And throw away kiss or two. Nowhere else far away. I will find my love someday. Someday when my dream comes to. Someday when my dreams come to. Das Lied habe ich mal gespielt mit meinem Fiske Chor. Und ihr wisst das vielleicht, die haben alles umgedichtet auf Bier. Und da gibt es einen wundervollen Text, der mich sehr berührt hat. Und jetzt singe ich jetzt vor euch. Soll ich das machen? Ja. Wie war die richtige Antwort? Ja. Wann kommt mein Pinz zu mir? Wann steht es endlich hier? Ja, wann halte ich mein Pinz in der Hand? Gut gekühlt und gezapft mit Verstand? Wenn es dann vor mir steht und es mir besser geht, ja dann trinke ich einen Schluck von dem früssigen Glück. Und dann ist mein Pinz. Obacht. Jazz. 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 Dann kommt mein Herz zu mir.